Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer vom EnstalTV, herzlich willkommen bei uns hier im neuen Falkensteiner Hotel in Schladming. Ich freue mich sehr, heute die spannende Diskussionsrunde hier im Haus begrüßen zu dürfen und würde mich natürlich auch sehr freuen, Sie einmal hier bei uns im Haus willkommen heißen zu dürfen. Unser Haus hat an 365 Tagen im Jahr geöffnet und ich möchte Sie heute herzlich einladen, eine Ihre private Entdeckungsreise bei uns zu starten. Von unserer Seite aus sind auch neue Mitglieder bei uns im Team noch herzlich willkommen. Wir suchen noch Mitarbeiter ins Küche und Service sowie bei uns im Barbetrieb. Und wenn Sie mit dabei sein möchten, freuen wir uns ganz herzlich über Ihre Bewerbung. Ich freue mich auf ein Wiedersehen mit Ihnen, vielleicht hier, vielleicht auch bald, hier im neuen Falkensteiner Hotel in Schladming. Bis zum nächsten Mal.